Hallo Leute und willkommen hier zu Mario Kart 8 Deluxe Wir werden heute den 150 CCM Modus spielen Nehme ich den nächsten Cup, im letzten Part haben wir das Spiel angefangen Wer das verpasst hat kann nochmal rechts oben im Info Kart klicken Und die Playlist ist dann natürlich auch verlinkt Und wenn ihr auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt hier von der Nintendo Switch Dann hab ich doch mal keine aktive Möcke, damit wir still die nächsten 90 Abonnenten knacken Und für heute werde ich mal mit einem anderen Charakter spielen Wir spielen heute mit Mario Und als letztes werden wir dann hier unten mit Melinda spielen Und ich hoffe, es geht für euch Wenn ja, lass das RunAbo da Und wir haben einen Schatzwechsel Und das ist ein IpoNator 아 Ah Okay Ja, ich bin aber irgendwie immer der Der, der, der das hier fährt Der, der, der das hier Yo Jo Ähm Und wenn wir auch mal ein bisschen andere Räder wählen einfach Und dann machen wir doch mal den Blumenkampf Der beinhaltet Marius Piste, Toadshavenstadt Und die Gruselwille Und natürlich auch die Shy Guys Wasserfälle Piste Let's say go time So Aber ich habe mir mal das Video angeguckt Und habe eigentlich Gesehen, dass eigentlich alles gut war Also keine FPS Einbrüche Mit dem Sound war alles gut Und ja Dann ist auch eigentlich Alles gut Das war glaube ich ein guter Schaden Das war nice, Alter Das war wirklich richtig nice Boah Boah Alter, das war War ganz schön knapp Wir wären fast ins Gras gefahren Da musste ich kurz bremsen Ja, moin Formel 1, Alter, was geht Boah, da hatten wir ja diesen Turboboost Der ist richtig gut Aber man sollte ihn auch kontrollieren können Jetzt haben wir auch endlich mal einen roten Panzer Und die hinter uns hat auch einen Scheiße Mist, ey Beginnen, ey Er hat sich den Doppler geschnappt Aber wir auch, wir auch, wir auch Ha Okay 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 Ah shit Wir haben ihn leider nicht getroffen Der rote Panzer ist in der Menge versunken, Alter Alter, wie man hier fliegt durch diesen Turboboost Das ist heftig Das ist mega heftig Okay Die nächsten sind aber Noch ein bisschen entfernt Deswegen können wir genüsslich hier Weiterfahren Wir kriegen eine Münze Ja, moin Davon haben wir Millionen hier auf der Piste Also Kriegen wir noch eine rein, ne? Genau Okay Ey Eine Münze bitte Danke Ja, wenn man sie mal braucht Dann sitzt sie auch mal da Hä? Die Banane? Hä? Wo hing denn jetzt gerade die Banane? Hä? Die hing ja Wie am Linken Hinterrad Alles klar Ey, sorry, Alter Dass ich halt hier so erkältet bin Es tut mir echt Sehr, sehr leid Aber Leute Ich nehm Ich trinke schon jeden Tag Drei Tees Also morgens, mittags, abends Und dann pfeffer ich mir noch mal ein paar Hustenbonbons rein Ja, Tabletten nehme ich eigentlich immer sehr ungern Weil Ja Wenn man davon zu viel nimmt Dann Hätte das vielleicht auch Zum Beispiel jetzt bei Weiß nicht Bei Hustensaft ist ja auch zum Beispiel Einfach mal noch Alkohol ein bisschen drin Achso, das war's schon Oh Ist ja noch so ein bisschen Alkohol drin Und ja, wenn man Das hat man auch per Family Guy gesehen Dass Da einfach mal Dings Stewie betrunken war Wer die Folge nicht kennt Einfach mal ein Stewie betrunken oder sowas Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe Dann kann ich euch das vielleicht noch Umrechte Infocard backen Und Ja, das war ein Scheißstart Ja Mist ey Alter Schatz Der sagt eigentlich schon viel voraus Ähm Oh, diese Pistinziaren Hab ich noch richtig geile Erinnerung Die bin ich immer mit meinen Freunden Gefahren Bei Mario Kart 7 Ähm Ja, ich hatte auch mal Mario Kart 7 Das werde ich auch bald erzählen Im Januar 2K19 Oh jetzt Oh mein Gott Alter, habt ihr den Trickshot gesehen? Alter, der war Der war ja Nein Aber die anderen wurden auch getroffen Alle anderen wurden auch getroffen Hä, wie einfach alle getroffen wurden Nein Das ist gerade nicht passiert, oder? Das ist nicht gerade passiert Nein, Alter Das geht auch nicht Oh, hier gibt es aber eine mega Abkürzung Die hier Fuck, wir sind falsch, oder? Ne, hä? Okay, da bin ich schon nie lang gefahren Aber, oh, je Ah, komm wir noch hoch Nein Scheiße Aha What's going on here What's going on? Ah, ich bin gerade runter vom Gas gegangen Was bin ich denn für einer? Bin ich ein kleiner Look at you Hey, wie kann ich dritter sein, Alter? Ja, wollte schon sagen, hä? Ich wollte schon, passt Hier die Anzeige raushauen, hä? Ne? Alter, diese Bimmelbahn da, die die ganze Zeit herfährt, hä? Die ist tricky Die ist tricky, die ist tricky Ja, die ist tricky 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 sie ist Keine Ahnung, warum ich da die ganze Zeit fehler ist Doom Doom Ey Leute, seid ihr schon richtig kalt auf Luigi's Mansion 3 für Switch? Also ich mega Davon gab es ja auch schon einen Trailer bei Nintendo Direct Den habe ich noch nicht gesehen Doch bei Let's Play Marcus Habe ich den gesehen? Nein Oh, das war Ja, diese Post, ne? Wird ein Glatz Meine Hater sein Joke over 9000 Ja, moin Du kannst mich gar nicht anhaben Weil ich drei Bananen hab Das geht dir recht Du kannst gar nichts gegen mich machen Du Spaß Ich werde jetzt ins Ziel fahren Und du kannst dir nichts dagegen machen Was? Ja, ich zum Glück habe mir noch eine Banane Alter, damit ich gerade echt nicht gerechnet, ne? Also wenn ich nicht Banane gehabt hätte, dann wäre es weiter gewesen Und ich erst mal sah, so die gesagt Entschuldigung Nein, das hat so witzig gemacht, wenn ich dann noch so zweiter geworden wäre Boah Da hätte ich alle so in den Kommentaren schreiben können So, Hashtag Instagram Ich habe mich gerade gleich schockt Oh, ja Guselwuselwiller Oh, ich habe wuselgusel, ich liebe die Serie, Alter Ja, natürlich gucke ich die heute nicht mehr Ich zock lieber Ähm Ähm, aber Ja Die ist eigentlich ganz cool Und ich verkack irgendwie die ganze Zeit den Start Ich weiß nicht warum Meine Presse, was willst du von mir? Ey, ich freue mich schon auf den Online-Mostar Wow, alles, aber es ist nicht gehen, ja? Da könnt ihr sogar mit mir zusammenspielen Ha Ey Dann könnt ihr sogar mit mir zusammenspielen Nein Was geht hier ab eigentlich? Ha Ey Ey Ha Ey, ich liebe die Piranha-Platze Das ist so ein geiles Item Hat sie den auch noch Und die auch noch Yes Oh, jetzt geht's los Hier in LazyTown Denn wir sind mal wieder alle am Start Oh yeah Wo ist eigentlich das Ziel? Ach, da ist die Zielflagge Halt mich gar nicht daran erinnern An die Piste irgendwie Keine Ahnung warum Können wir euch mit dem Bumerang Gleich den roten Panzer wegmachen Oder irgendwie sowas in der Art Ich weiß es nicht Als ich die Banane, ne? Die triggert mich Nein, es funktioniert nicht Also wir haben gerade die Banane weggemacht Aber Wir waren irgendwie hier Also ich war irgendwie Keine Ahnung Ich war irgendwas Ich war ein Tier So Wir haben uns geeinigt Ich war eins hier Schreibt jetzt alle In die Kommentare Hashtag X-Edition War eins hier Nein, bist du nicht Und so zehn kommentare So stehen Oder 100 So Ja, okay 100 100 hatte ich noch nie Nein, was habe ich gemacht Nein, was habe ich getan Oh, ist noch zwei Runde Okay Dann kann ich ja noch mal Die Drohung Beiseite schaffen Hab ich da gerade Hab ich gerade Ein blauen Panzer gehört Oder hatte ich mal wieder Halluzination Ich hab keine Ahnung Oh, Alter Diese Blooper Ne, Mario Kart 8 Ne, ich hasse die Weißt du, ist so hochauflösend Ne Man kann gar nichts mehr erkennen Dann guckt euch das an Ich kann gar nichts mehr sehen Ja, vierter Alter Deine Mutter ist vierter Ah, du Spaß Jetzt kriegst du wieder Ha Okay, eigentlich Hab ich jetzt keinen Plus gemacht Boah Doppelüberholen Seidzeitig Alter Davon habe ich irgendwas Mal in Formel 1 gesehen Okay, keine Ahnung Wie wir noch Das Doppel-Item bekommen haben Fuck, meine Oma Ich war sogar heute hier Bei einem Heiligabend Und wir sind Fucking noch mal erster Jetzt, Alter Oh yeah, bitch Yes Ah ja, hey Das macht echt Spaß Das LP, ne Ich hoffe euch auch Wenn ja, dann lasst doch gerne Abo da Und aktiviert Okay Ich habe euch ein bisschen Heller gemacht Jetzt hier Ja, das ist eigentlich Gute Helligkeit Jetzt Scheiße Mann Hier ist doch eigentlich Keinen guten Start mehr Er geht Er geht Oh Mann Er geht Er geht Ach, das war kein grüner Panzer Oh mein Gott Ich dachte gerade Das wäre ein grüner Panzer gewesen Ich voll Idiot Das ist ein roter Panzer Die war X-Edition Oh, sorry guys Ach, haben wir jetzt da oben Haben wir jetzt da oben Ja Keine Ahnung, ob man jetzt unten oder oben Steller ist Aber oben hat man ja nochmal diesen Also kann man noch einen Stunt machen Also denk mal oben ist besser Irgendwie hat die Piste Ein bisschen so an die Donkey Kong Strecke Aus Mario Kart 7 Oder? Also finde ich Ähm, 10 Münzen Ist eigentlich gerade The top situation Wenn wir halt noch Drei Bananen In der Hinterhand hätten Dann wäre es halt Top Ja Das habe ich jetzt eigentlich Nicht heraufbeschweren wollen Ähm Aber okay Wenn das der Wow Alter Da war noch Noch ne Hä Wo kommt der denn her Alter Aber kurz Alter Welche Big Tasty hast du genommen Den Linken oder den Rechten Oh mein Linken Tricks Echt Ich war beim Rechten Tja Das ist verdammt Ne Fick nicht Alter Hau ab Was willst du eigentlich von mir Hä Komm her Will bitch Entschuldigung Ähm Entschuldigung Ha Alter Fick dich man Ja Jetzt fick dich alter Okay Nein Jetzt nicht hier man Sonst ruhig wieder zensieren Wie jedes Video Wenn ich weiß Kann machen Spaß Irgendwie höre ich gerade Bumerang Oder habe ich mir das wieder Nur eingebildet Ich hoffe Das habe ich mir nur Eingebildet Okay Die lache war Cringy Jetzt hoffe ich nicht Dass der Nachte noch Ein roter Kommt Aber es sieht gut aus Es sieht gut aus Da kann wirklich noch ein roter panzer Also ich muss endlich mal wieder stimme tanken Aber wir haben die drei stelle endlich mal erreicht Leute Let's go Und dann haben wir hier wie gesagt three stars 60 punkte den blumenkopf gewonnen und ein neues fachzuteil freigestaltet Tschüss